Das ist für mich heute tatsächlich die letzte Trainingseinheit hier im Home Gym. Ja, traurig. Ich bin schon ein bisschen sad. Ich werde es vermissen. Ich werde es wirklich vermissen. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Ich hoffe, ihr seid alle wunderbar in diesen Tag angekommen. Für mich ist es jetzt 7 Uhr oder bei mir ist es 7 Uhr 3. Bei euch wird es natürlich auch ein bisschen später sein. Auf jeden Fall habt ihr gerade so eine Einleitung in einen Start von mir gesehen. Also ganz routiniert eigentlich jeden Tag dasselbe, was ich mache. Erstmal zum Morgen ein Glas Wasser direkt straight action, um einfach die Flüssigkeitszufuhr dahingehend zu gewährleisten. Dabei achte ich auch darauf, dass das jetzt nicht ein urkaltes Wasser ist oder ein urwarmes Wasser, sondern es hat einfach so eine normale Kappertemperatur bzw. es ist einfach lauwarm. Das geht sehr, sehr gut runter. Dann hat der Magen auch dahingehend keine großen Probleme, das zu verdauen. Erst danach mache ich mich, nachdem ein bisschen Flüssigkeit drin ist, an meinen wohlgeliebten Kaffee in meiner Evo-Tasse. Dann schreibe ich jeden Tag, wie ihr es schon wisst, eine kleine To-Do-Liste für den Tag, was ich an dem Tag so zu tun habe. Beispielsweise steht bei mir jetzt als erster Punkt drauf, Organisation. Das ist bei mir eigentlich schon mal der erste Punkt. Organisation, die To-Do-Liste überhaupt mal anfertigen, mal ein paar Mails checken, ein paar Nachrichten checken. Aber das Ganze mache ich dann nie über mein Handy, sondern ich checke das immer am Laptop, weil ich da hingehend einfach weniger Gefahr drin sehe, die sozialen Medien zu nutzen, wie beispielsweise Instagram, YouTube und so weiter und so fort. Und dementsprechend alles erstmal nur über den Laptop, um die Steine hier ein bisschen rauszunehmen. Jetzt steht auch mein Check-In beim Coach an. Und bezüglich des Check-Ins beim Coach wollte ich euch auch noch mal ein paar kleine Daten gleich vorstellen, denn ich bin eigentlich relativ zufrieden mit dem Körpergewichtsverlauf in den letzten Wochen. Ich habe echt gedacht, das Ganze wird ein bisschen schlimmer, aber scheint auf jeden Fall ziemlich stabil zu laufen. Dann gibt es auf jeden Fall auch noch ein paar kleine Infos bezüglich meiner bevorstehenden Reise in die Staaten. Und zwar geht es nach Las Vegas und nach Los Angeles. Wir werden drei Tage in Las Vegas bleiben. Danach werden wir wahrscheinlich einen Tag so ein bisschen zu Grand Canyon etc. tuckern. Und dann von dort aus nach Los Angeles, was da alles ansteht, wie ich das Ganze geplant habe und vor allem auch was es für ein Content für euch zu sehen gibt. Wenn ich euch im Verlauf des Videos sage, jetzt gibt es erstmal noch ein bisschen was zu arbeiten. Ich habe einiges heute noch auf der To-Do-Liste. Ihr kennt das wahrscheinlich. Wenn ihr in den Urlaub fliegt, am Tag vorher ist irgendwie immer die Hölle los. Und dementsprechend geht es jetzt erstmal ab mit meinem kleinen Check-In für den Coach. Ich bin jetzt auf jeden Fall weiter an meinen Check-Ins angekommen. Und zwar werde ich heute nochmal elf Check-Ins machen. Das bedeutet die Klienten von mir, die haben heute so einen kleinen Check-Up Tag, wo sie mir einfach ihre Daten übermitteln. Sprich, ihre ganzen Daten aus ihren Tracking-Sheets, was die Ernährung anbelangt, was Schlaf, regenerative Kapazitäten, Stress etc. anbelangt. Training mit Einblicken, Form-Updates und so weiter und so fort, was sie dann heute alles beurteilt bekommen. Ich habe jetzt soweit drei bis vier Stück erledigt. Aber jetzt gibt es erstmal einen kleinen Check, um auch mein erstes Protein-Feeling hier mal reinzuholen. Und hier habe ich jetzt mein erstes Protein-Feeling für heute. Und zwar gibt es jetzt hier 52 Gramm, um genau zu sein, von dem Evo Whey Protein im Geschmack Schokolade. Sollte dann auf jeden Fall reichen, um initial erstmal die Protein-Synthese einmal zu stimulieren, zu aktivieren. Und dementsprechend habe ich dann auch schon mal so ein erstes Protein-Feeling drin. Wahrscheinlich werde ich mich jetzt nochmal an die Check-Ins setzen. Dauert nochmal eineinhalb Stunden, dann habe ich nochmal Podcast. Und danach wird nochmal eine Kleinigkeit gefrühstückt, aber ein bisschen ausgiebiger. Dann gibt es ein bisschen was an Brötchen, dann gibt es nochmal Podcast. Und dann könnte es sogar sein, dass ich schon ab ins Training gehe. Je nachdem wie sich der Tag heute auf jeden Fall auch verhält. Denn ich muss definitiv noch ein bisschen was an Koffer packen. Es gibt noch ein paar Dinge zu klären, auch bezüglich neuem Merch von The Age of Iron. Und dementsprechend, ja, der Tag bringt auf jeden Fall noch einige Tributs mit sich. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und Leute, denkt dran, wenn ihr diese Videos unterstützen möchtet und mich supporten möchtet, könnt ihr auch die Produkte von Evo Sports Fuel 10% sparen. Nutzt dabei den Code bei eurer Bestellung KWK. Und ihr tut mir und euch den Gefallen. Für mich gibt es jetzt erstmal eine Kleinigkeit zu essen. Und zwar ein kleines Spiegelei, beziehungsweise zwei Spiegeleier. Avocado, Tomate, Gurke und der ganze andere Stuff, um letzten Endes die Brötchen zu belegen. Standard bei uns geworden. Also damit fahren wir auf jeden Fall in der letzten Zeit sehr, sehr gut. Und ich muss auch sagen, schmeckt, hat gute Nährwerte, gute Fette. Alina ist glücklich, Daniel ist glücklich. Alle sind glücklich. Bei uns gibt es jetzt auf jeden Fall erstmal ein wunderbares Brötchen. Ich hoffe, man sieht es. Einmal mit Ei, Avocado, Tomate, Frischkäse, bisschen extra Salz, bisschen extra Pfeffer. Das Ganze in zwei Hälften geschnitten. Das ist auf jeden Fall unser Standard-Meer-Programm. Es gibt mal wieder ein kleines, aber feines Paket. Und zwar nehme ich an, das ist mein neues Evo-Paket. Vor dem Abflug gibt es nochmal einen Nachschub an Supplements. Ich darf ja auf jeden Fall auch im Aufland nicht gerade wohl gehen. Und zwar habe ich uns bestellt. Einmal ein Evo-Sports Fuel Whey Protein im Geschmack Bananen-Milchshake. Ist auf jeden Fall super, super geil mit normaler Milch. Kombination mit Banane in den Mixer und ein bisschen Zimt rein. Müsst ihr unbedingt probieren. Den Klassiker, der im Übrigen jetzt auch nochmal im Shop erhältlich ist bei Evo-Sports Fuel. Und zwar das Evo Whey im Geschmack Vanille-Heiz. Für unser Porridge und Vegan Protein. Das nehme ich übrigens auch mit. Vegan Protein im Geschmack Schokolade. Das Ganze noch einmal im Geschmack Vanille-Butterkeks. Also ihr seht, es sind aktuell tatsächlich alle Proteinsorten in unserem Shop erhältlich. Also wenn ihr euch nochmal einen kleinen Restock erlauben wollt zu Hause. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Nehme ich auch mit in Urlaub. Ich bin auch froh, dass er jetzt gekommen ist. Und zwar gibt es einen Pump-Booster in Evo Craft im Geschmack Sweet Berry. Einmal noch den Pfirsich-Eistee vom Evo Craft. Dann haben wir noch einen kleinen Restock. Und zwar von dem Evo Sports Fuel Vitamin D3 plus K2. Mich haben ganz viele jetzt letztens gefragt, Daniel, warum nimmst du eigentlich drei von den Kapseln täglich? Hier steht doch drauf, das ist eine Wochenportion. Ja, aber grundsätzlich, ich habe tatsächlich einen kleinen Vitamin D3 Mangel. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich, also mittlerweile keinen mehr, aber ich supplementiere halt eben auch. Ich glaube insgesamt sind das um die 5600 internationalen Einheiten am Tag. Dementsprechend haue ich da schon ordentlich rein, insbesondere im Winter. Aber der Boy hier, wenn der nicht ab und zu mal ins Solarium gehen würde und rausgehen würde, dann hätte der einen chronischen Vitamin D3 Mangel. Und das ist auf jeden Fall auch in Deutschland in unseren Breitengraden ein Problem, ja. Und dementsprechend müssen die meisten Leute wahrscheinlich doch ein bisschen mehr Vitamin D3 nehmen, als sie eigentlich ausgegangen sind. Also so mit einer Wochenportion, da wäre ich auf jeden Fall nicht so gut aufgestellt. Und dann gibt es hier zum Abschluss noch ein Omega-3. Omega-3 auf jeden Fall bei mir auch ein Standardsupplement, das immer zum Tragen kommt. Omega-3, vier Kapseln täglich bei mir drin, in Kombination meistens mit dem Vitamin D3, weil das eine, also Plus K2, ist nämlich fettlöslich. Das bedeutet, da solltet ihr auf jeden Fall irgendwas Fettiges mit konsumieren, ob ihr das jetzt zu eurer Nahrung zusätzlich konsumiert oder ob ihr das beispielsweise mit dem Omega-3 konsumiert. Das ist dann letzten Endes euch überlassen. Angekommen im Gym, erstmal ein Pump-Uster reinhorgeln. Evo Craft Limited Edition und die Reste vom Sour Apple auf jeden Fall wegmachen. Ich sollte mal es über. Bisschen. Bisschen. Freue ich mich, wenn ich nochmal zurückkomme, um die Reste wegzusippen. Das ist für mich heute tatsächlich die letzte Trainingseinheit hier im Homegym. Ja, traurig. Ich bin schon ein bisschen sad. Wo trainierst du denn dort? Ich habe mir so ein paar Gyms vorher schon rausgebracht. Ich war schon mal in Las Vegas gewesen und auch in Los Angeles. Dementsprechend habe ich schon ein paar abgecheckt. In Las Vegas war ich allerdings erst sogar fünf Tage Trainingsfrei Pilot ab. Deswegen dort noch kein Gym abgecheckt. Aber ich habe es bei Kai Gedan gesehen. Der ist in den Dragons Lehrs Gym. Lehrs Gym. Habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Da werde ich mich auf jeden Fall auch mal drei Tage einbunkern. Kostet eine Einheit gute 30 Dollar. Das heißt, du zahlst jetzt 90 Dollar für drei Tage Training. Ja. Das freut dich. Die Week Pass würden 99 passen. Und Los Angeles wird jetzt aber nochmal eine Nummer strammer. Weil da bezahlt man für das gute alte Goals Gym. Und wir sind halt in der Arena der Array. Das ist gar nicht so weit lokalisiert davon. Weg. Jetzt hat man gute sage und schreibe 40 Dollar. Komplett ein Schein, Alter. Wirklich, ey. Aber ich freue mich trotzdem. Darauf spart man ja irgendwo auch hin. Ja. Ja. Komm schon. So, Digga. Dritte Übung. Hip-Frost. 180 Kilo sind drauf. Letzter Warm-Up. Yes. Bist du bereit? Kennst du dich noch mal erinnern? Ich bin bereit. Ich bin warm. Genau. Ja, nee. Ich bin soweit ready. Ich muss sagen, heute ein bisschen viel Kaffee. Ich glaube, ich bekam zwei dicke Kaffee vorher. Obwohl einer schon um 6 Uhr morgens war. Der andere um 1 Uhr. Dann noch ein Monster. Und irgendwie, ich habe so leichte Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, ob es durch den Kaffee kommt. Hast du genug Wasser getrunken? Das ist die Frage. Hydration, Bro. ? 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 Guck mal nach vorne, guck mal, jetzt, komm, bleib drauf, geh. Da du dein geliebtes Home Gin hier so vermissen wirst, was hast du denn vor eigentlich in Amerika zu trainieren, beziehungsweise wie willst du trainieren? Gute Frage. Am liebsten nach Plan. Ich denke, ich werde meinen Plan tatsächlich so beibehalten, aber wahrscheinlich werde ich trotzdem ein bisschen was ausprobieren. Du weißt, du denkst so, ich will auch immer vielleicht ein bisschen was an Equipment auch suchen fürs Home Gin. Und dementsprechend warte ich vielleicht doch gerade in Amerika so die ein oder andere Maschine. Ich bin gespannt auf Prime und auf alle andere Maschinenhersteller, die es da so in Amerika gang und gäbe gibt oder die dort gang und gäbe sind. Ich versuche ein bisschen, meinen Plan auf jeden Fall beizuhalten, was das Satzvolumen anbelangt, was so Wiederholungsbereiche anbelangt. Aber ich denke, ich werde auf jeden Fall schon ein paar sehr, sehr geile Maschinen ausprobieren. Ansonsten lohnt es sich auch irgendwie nicht, die 30 Dollar für ein Studio auszuprobieren. Ja, würde ich auch nicht. Egal. Also wenn ich nichts Neues da drin habe, dann 30 Dollar dafür zu bezahlen. Das ist so ein bisschen... Ja, also gerade auch so für, sage ich mal so, das Standard-Equipment, was wir hier haben. Wenn es Hämmer gibt, bin ich eh zufrieden. Wenn es schon 80 gibt, bin ich auch zufrieden. Aber so, wenn halt irgendein Bullshit drin stehen würde, dann würde es sich auch gar nicht lohnen. Aber allein für den Flair, so ein paar Maschinen ausprobieren, so ein bisschen rundödeln, wird auf jeden Fall schon ziemlich geil. Aber ich werde auf jeden Fall ambitioniert am Plan bleiben. Ich werde meine Trainingstage so weiter verteilen, wie ich es auch gemacht habe. Und eigentlich bleibt alles gleich, außer die geilen Maschinen halt. Ich werde noch ein paar Minuten ausprobieren. Ich werde noch meineückenbe. Ich werde ihn nicht umgeheben. Als Übung durch, ich bin durch, war auf jeden Fall die letzte Einheit hier im Homegym. Ich werde es vermissen, werde es wirklich vermissen, aber ich freue mich auch genauso auf die neuen Gyms in Las Vegas, in L.A. und wo wir sonst noch so rumturnen werden. Und auf jeden Fall auf das gesamte Equipment, das mich erwartet. Und wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr vor allem Videos aus Las Vegas, Los Angeles sehen wollt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Und vor allem, vielleicht habt ihr auch noch Gym-Empfehlungen dort, dann könnt ihr das gerne auch bitte in die Kommentare schreiben, dann werde ich das vielleicht mal auschecken. Ansonsten gibt dem Video einen Daumen nach oben, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und dann sehen wir uns im nächsten Video aus Vegas wieder. Ciao, ciao.